Gala, die Variante als Mobilisations- und Pflegerollstuhl für Patientengerechtes und rückenschonendes Arbeiten. Gala hat viele Möglichkeiten. Wir können mit den Patienten sehr schonend umgehen. Die Höhenverstellung, der Sitzhöhe ist sehr einfach bedienbar. Die Armlehnen sind absenkbar. Das Rückenteil ist bis zu einer sehr tiefen Lage absenkbar und natürlich auch steil anstellbar. Die Patienten können sehr schonend hier drin sitzen, sehr bequem. Durch den Fußtritt mit Standfestigkeit sitzt und steht der Patient sicher an diesem Stuhl. Für das patientengerechte und rückenschonende Arbeiten kann ich die Sitzhöhe verstellen und auf meine Arbeitshöhe anpassen. Die Rückenlehne kann abgesenkt werden. Die Gala hat eine anatomisch geformte Rückenlehne. Die unterschiedlichen Neigungswinkel können sogar selbst durch den Patienten eingestellt werden. Die Gala bietet die Möglichkeit, in bequemer Position die Unterschenkel hochzulagern. Dazu nutzen wir die Badenbeinauflage und können diese Höhen verstellen. Die Armlehnen sind in der Höhe verstellbar, sodass die Patientin bequem sitzen kann. Zum Transfer können die Armlehnen komplett abgesenkt werden. Die Gala verfügt über ein zentrales Bremssystem, was von allen vier Rollen direkt bedienbar ist. Der Stuhl bietet mehrere Optionen als Zubehör. Eine Möglichkeit ist die Armablage zur Blutentnahme. Natürlich kann man an diesem Stuhl auch einen Tisch benutzen und die Patienten können hieran ihr Essen einnehmen. Bei Nichtgebrauch des Tisches verfügt der Stuhl über eine Parkposition. Eine weitere Option ist der Infusionsständer. Wenn das Kopfteil abgenommen wird, kann es in der Parkposition sicher verstaut werden. Eine Option der Stühle ist das Haarwaschbecken. Es kann in der Höhe und in der Neigung an den Patienten angepasst werden. Patienten mit verminderter Rumpfstabilität können durch die Seitenstützen stabilisiert werden und sicher sitzen. Bei Nichtgebrauch können die Seitenstützen nach hinten umgeklappt werden. Eine weitere Option ist der Urinbeutelhalter, der an den Stuhl angebracht werden kann. Als weitere Zusatzoptionen gibt es den Sitzverkleinerer für schmale Personen oder für Kinder. Viele Lösungen für Ihre Möglichkeiten.